Hi, ich bin Bente Mathis und ich bin bei Christian zu Gast. Der hat mich eingeladen und wir beide sprechen heute über digitales Unternehmertum. Und wenn ihr euch fragt, okay, den Christian kennen wir, aber wer ist denn diese Bente Mathis? Ich war früher einmal Tech- und Businessjournalistin, auch so ein bisschen Lifestyle und habe so ein bisschen diese ganze Tech- und Digitalszene beobachtet. Später war ich dann und bin es heute auch noch als Strategin tätig und habe mit und für Konzerne und Lifestyle-Grants, aber auch mittelständische Unternehmen, Maßnahmen entwickelt. Mittlerweile schreibe ich noch ein Newsletter für Frauen aus der Digitalbranche, veranstalte exklusive Networking Nights, auch für Leute aus der Digitalszene und in Kürze kommt ein Summit dazu. Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Herzlich willkommen bei Mittelstand hautnah, liebe Bente. Ja, danke. Digitales Unternehmertum, das ist ja unser heutiges Thema und ich möchte ein bisschen auf den Schwank dann rüberbringen, wie können eigentlich Fügungskräfte in Unternehmen dieses Digitale Unternehmertum, dieses Mindset zu Stück weit für sich nutzen. Lass uns doch einfach mal damit starten. Bente, wie definierst du denn digitales Unternehmertum? Ja, ganz einfach in Kürz gesagt, das ist die Kombination von technischen, aber auch kreativen und unternehmerischen Fähigkeiten, also in digital orientiert sind, sowie, das finde ich ganz, ganz wichtig, die Bereitschaft, Risiken einzugehen und zu experimentieren. Das wäre die Kurzform, die Langform wäre. Ja, erstmal eine gute Anwendung, sicher schon eine technische Ausstattung für die Mitarbeiter, für die Firma selber, Netzneutralität, Kommunikation, intern wie extern, mögliche Influencer, Corporate Influencer, ja, IoT, N2N, Nachhaltigkeit, aber halt auch offen zu sein für moderne Tools, kann in die Automatisierungsprozesse und damit halt einherkriegen natürlich auch Cyber-Sicherheit, ja, Cyber-Security. Ja, es sind jetzt schon eine ganze Menge Punkte, die du da angerissen hast. Ich würde ganz gerne ein bisschen genauer darauf einsteigen. Welche spezifischen Herausforderungen siehst du denn, die mit dem digitalen Unternehmertum verbunden sind? Ja, also vor allen Dingen, dass man sich überhaupt erstmal darauf einstellt, dass man versteht, was da überhaupt so los ist, ja, dass man Techniken kennt, dass man Akteure kennt, dass man die Möglichkeiten versteht, für sich darauf einzulassen, mit Mitarbeitern ins Gespräch kommt, die sozusagen transparent dann durchziehen. Das sind so Herausforderungen, aber auch einfach Tools zu nutzen. Also KI zum Beispiel ist ja nicht einfach so ein Programm, was ich jetzt irgendwie überall drauflegen kann, sondern das muss sich füttern mit meinen Bedürfnissen, mit meinen strategischen Ausrichtungen und Visionen und natürlich eben auch mit den Möglichkeiten innerhalb meines Unternehmens. und das Ding ist ganz, ganz dickig, dass man sich da wirklich voll informiert. Und da sehe ich in erster Linie erstmal Führungspositionen, also dass die sich wirklich mal mit dem Team beschäftigen, wirklich ganz genau lernen, herausfinden, was gibt es da alles, was lässt sich für uns übernehmen übernehmen und wie, und das wäre der zweite Schritt, kann ich das meinen Mitarbeitern damit aus dem Unternehmen übertragen. Ja. Bente, kannst du uns drei wirkliche Vorteile nennen, warum sich das für den Mittelstand lohnt, in digitales Unternehmertum zu investieren? Mhm, schneller, zielgruppenorientierter, effizienter, Wettbewerbsfähigkeit steigern, okay, das waren jetzt mehr als drei und eine möchte ich noch sagen, Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenzufriedenheit. Super, also drei Plus-Tipps, warum digitales Unternehmertum auch dem Mittelstand hilft. Bente, hast du mal ein konkretes Beispiel für uns aus deiner Erfahrungsschatz und Best Practice? Ja, also wenn man jetzt mal, also es gibt ja ganz, ganz viele Bereiche, in denen ich mich verbessern kann. Also wir hatten jetzt ganz kurz die Wettbewerbsfähigkeit, Kundenbindung und so weiter, aber auch neue Geschäftsmodelle entwickeln und so weiter und so fort. Und da gibt es zum Beispiel Windenergieanlagenhersteller, der digitale Plattformen nutzt, Apps und die Wartung und Fernüberwachung seiner Anlagen zu optimieren und damit den Energieertrag zu erhöhen und die Kosten zu reduzieren. Man kann aber auch, ja, so ein Spezialist für Fenster- und Fassadentechnik, wenn ich an den denke, der hat auch solche digitalen Lösungen entwickelt, um zum Beispiel Planung, Fertigung und Montage zu beschleunigen, ja, von seiner Produkte beim Kugeln und natürlich auch zu individualisieren. Also wenn der Kunde bestimmte Anforderungen und Fragen hat, sowas halt. Also gerade in Befestigung, Montagetechnik und Fenster- und Fassadentechnik und so weiter verbietet sich das total an. Aber auch, was fällt mir da noch ein, Heizklimasysteme zum Beispiel für Fahrzeuge, ja, die kann man somit aus der Ferne überwachen, man kann sie steuern und auch warten. Also muss nicht immer direkt bei dem Kunden sein, der Kunde muss nicht immer direkt vorbeikommen. Sowas kann automatisiert laufen und man kann auch, wenn man Produkte entwickelt hat, zum Beispiel Reinigungsgeräte oder so, kann man seine Geräteflotte in Echtzeit verwalten, ja, man kann die Auslastung überprüfen der Geräte, die Wartung planen, Effizienzen steigern, ja, Probleme und Fehler auch eher sehen. Also da gibt es ohne Ende Möglichkeiten in Bezug auf den Kunden, für denen man spezielle Apps entwickelt, aber auch für sich selbst, in denen man einfach Fehler früher entdeckt, Auslastung besser strategisch nutzen kann und so weiter und so fort. Also ohne Ende. Ja, wir müssen vielleicht auch mal so ein bisschen aufräumen mit so einem, ja, vielleicht, ja, Mythos, dass wenn wir vom digitalen Unternehmertum reden, dann reden wir nicht vom digitalen Nomaden, der Copywriter oder Texter ist, der dann mit seinem Laptop von Thailand nach Bangkok nach New York zieht und dort in der Sonne oder auf dem Hotel sitzt und Texte schreibt. Also wir reden nicht vom digitalen Nomadentum, sondern tatsächlich vom echten digitalen Unternehmertum, was ja auch bedeutet, du hast es ja in deinen Beispielen schon auch gut dargestellt mit diesen Praxisanwendungsfällen, dem analogen Geschäftsmodell, das man vielleicht besitzt, zusätzlich ein digitales Zuentwickeln. Ich kann das noch ergänzen mit dem Beispiel, ich betreue ja viele Startups für die Wirtschaftsförderung und dort ist mir dann vorgestellt worden, dass welche, ein Startup hat ein neues, ja, Heizkesselsystem entwickelt. Tatsächlich ganz analog und handwerklich und als physisches Produkt. Und als ich dann gefragt habe, okay, ich verstehe das, verstehe auch die Erneuerung, die Innovation, aber was ist denn euer digitales Geschäftsmodell, das da dran erhängt, euer datengetriebenes Geschäftsmodell? Die haben nicht mit großen Augen angeguckt. Also sie hatten sich tatsächlich nur überlegt, eben Heizkessel zu bauen und dann zu vertreiben und haben gar nicht drüber nachgedacht, welche Möglichkeiten sie haben, auch digital dort ein Geschäftsmodell aufzusetzen. Denn am Ende des Tages möchte ja kein Kunde, kein Hausbesitzer einen Heizkessel kaufen oder eine Heizung kaufen, der möchte eine warme Bude haben. Ja, und du kannst natürlich ganz, ganz viel heute fernsteuern, du kannst Daten auslesen, und du kannst auch feststellen, welche Knöpfe drückt denn tatsächlich der User? Benutzt er die Funktion eigentlich? Warum benutzt er sie nicht? Ja, oder du kannst natürlich eine ganze Menge an Serviceleistungen drumherum für dich basteln. Ich glaube, das mal so ein bisschen zum Verständnis, dass wir hier nicht vom digitalen Nomadentum reden, sondern vom digitalen Unternehmertum. Was wären dann so die ersten Schritte? Wie müssten denn Unternehmen so beginnen, aus deiner Erfahrung her? Ja, unsere allerersten Schritte sind wirklich, erst mal ins Unternehmen reinzugucken. Also, was ist der Stand der Dinge? Wo sind wir? Und welchen Schaden und welche Vorteile haben wir, wenn wir uns digital bitte aufstellen? Ja, vielleicht auch nochmal den Wettbewerb anschauen. Wie machen die das? Und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass sich Führungspositionen ganz intensiv noch mal ganz neu mit ihrem Unternehmen beschäftigen. Also wirklich mit verschiedenen Menschen innerhalb des Unternehmens sprechen, mit den verschiedenen Abteilungen und so weiter und so. Dann würde ich als nächsten Schritt mal ein Strategiepapier entwickeln, also für die digitale Strategie im Speziellen. Wo gibt es bei uns, weil ich habe ja jetzt Ergebnisse, ich weiß, welche Probleme haben wir, welche Herausforderungen haben wir, was läuft besonders gut, was tun wir vielleicht noch weiterentwickeln und so weiter. Und auf diesen Informationen das Strategiepapier zu entwickeln, mit den Visionen fürs Unternehmen, in Meilensteinen, in Jahresleilensteinen vielleicht auch und so weiter und so fort. Natürlich auch das große Ganze, also wer wollen wir am Markt sein, welche Bedürfnisse wollen wir entdecken und so weiter. Und dann wäre der nächste Schritt, nochmal in die Abteilungen zu gehen, zu den einzelnen Leuten und die jetzt mitzunehmen und sie ganz gezielt zu informieren. Und nicht informieren heißt hier nicht, so wir machen das jetzt so und du hast mir für nichts zu folgen, sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich konkret abzuholen, anhand ihren Bedürfnissen sie zu schulen und dort halt weiterzugehen. Also das wären jetzt mal so die ersten Schritte. Die nächsten Schritte, die immer wieder auch mit dazwischen kommen, ist natürlich auch immer wieder, sich über Trends und Strömungen auf dem Laufenden zu halten, wobei ich mit Trends nicht unbedingt meine, jeder neuen Idee hinterherzulaufen, sondern sie abzulegen für die eigenen Ideen, sie zu beobachten unter Umständen, aber möglichst nicht so lang und dann auf diese neuen Ideen, auf diese neuen Tools, diese neuen Strategien aufzustringen und sie für sich einzusetzen. Das können Cloud-Dienste sein, künstliche Intelligenz, digitale Plattformen. Ja, das braucht die Kommunikation über Corporate Influencern, mit Corporate Influencern in den Markt zu gehen, aber auch digitale Kompetenzen zu fördern, digitale Plattformen ganz konkret auch für sich zu nutzen. Also es ist das große, ganze Paket. Also digitales Unternehmertum bedeutet nicht nur, wir haben jetzt hier eine Maschine, die mit anderen kommunizieren können, sondern digitales Unternehmen bedeutet wirklich, alle Bereiche der Digitalisierung zu nutzen. Und ja, es betrifft auch die Werbung, das Marketing. Ja, es betrifft auch M2M, IoT. Ja, es betrifft auch Cloud-Dienste. Ja, es betrifft auch die Kommunikation mit meinen Mitarbeitern. Manchmal scheitert es ja schon an so Dingen, dass wir sehen, dass Unternehmen keinen guten Mast in der Nähe haben. Ja, da kann man sich mal an die drei großen Wetter wenden, um mit Dingen mal sprechen, dass LKW-Fahrer vielleicht, um die Fuge aufzunehmen oder zu löschen, nicht mit Tablets ausgestattet sind, sondern dass sie über andere komplizierte Lösungen machen. Also das ist ganz uns wichtig. Also gefühlt das eigene Unternehmen, gefühlt für den Markt, kennenlernen, was es da alles gibt, Verbindung, Erschießen, Zwischengesen, was gibt es da alles und was kann ich nutzen und dann einen weiteren Schritt umsetzen mit den Mitarbeitern, indem ich sie bei der Hand nehme und in den Markt gehe. Ja, das war ja schon fast ein perfektes Schlusswort. Ich werde aber trotzdem gerne noch ein Stück weit zurückkommen. Noch einmal auf das, was du auch gerade gesagt hast. Das war ja das Thema Mitarbeiter mitnehmen und führen. Ändert sich die Führung? Führe ich digital meine Mitarbeiter anders? Welche Skills brauche ich dafür? Oder bedarf es sogar einem kompletten Kulturwandel? Wie ist da deine Einschätzung? Ja, es bedarf eines kompletten Kulturwandels. Aber es ist nicht gesagt, dass der von heute auf morgen stattfinden muss. Das wird auch nicht funktionieren. Also den Zahn muss man sich selber und allen anderen auch ziehen. Gerade auch, wenn man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitnehmen möchte, braucht es ein bisschen Zeit. Die Informationen, die man sammeln muss, das Kennenlernen des Marktes in Bezug auf das eigene Unternehmen, das braucht Zeit. So, und das heißt, dass verschiedene Führungspositionen miteinander agieren müssen. Sie müssen zusammenarbeiten. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man wirklich extremst Gedanken macht. Und das bedeutet Markt verstehen, Bedürfnisse nachhaltig im Blick haben und darauf auch nachhaltig reagieren. Und das geht nur mit Kultur. Aber eine bedeutende Klartext. Erst die Führungspositionen befähigen, informieren und dann auf die Abteilung und dann auf die Mitarbeiter. Alles in demselben Schritt. Und das bedeutet, man muss immer dranbleiben. Also man kann jetzt nicht sagen, ich mache das jetzt einmal und schule jetzt einmal alle durch und dann war es das. Nein, die Digitalisierung trägt leider auch mit sich, dass sich Dinge ständig verändern. Der Markt verändert sich. Alles geht schneller, individueller. Und darauf muss ich immer wieder reagieren. Das heißt, ich muss in meinem Urpark oder in meinen Hallen die Maschinen drauf einstellen. Ich muss meine Kommunikation im Marketing drauf einstellen und so weiter und so fort. Also es bedarf tatsächlich eines Kulturwandels, der beginnt jetzt. Jetzt im Kleinen mit der ersten Information, die ich einsammeln, und geht stetig voran. Im Grunde müssen wir uns das so vorstellen, der Kulturwandel ist ab jetzt und wird immer da sein. Der wird nicht irgendwann aufhören und dann habe ich alles erledigt, sondern der wird von jetzt an immer da sein. Und wer da mitspielt, wird am Markt präsent bleiben. Wenn ich es nicht mache, macht es auf jeden Fall die Konkurrenz und dann bin ich eventuell aus dem Markt gedrängt. Oder zu spät dran und muss mit ganz viel Geld und ganz viel Aufwand das aufholen. Das ist natürlich die Herausforderung. Ja, vielen Dank. Vielleicht auch hier nochmal zum Abschluss mit einem Mythos aufräumen, weil oft gesagt wird, unsere Mitarbeiter oder Menschen möchten sich nicht verändern. Da kann ich nur sagen, das ist falsch. Menschen wollen sich verändern und stehen Veränderungen auch positiv gegenüber. Sie wollen nur nicht abrupt verändert werden. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied, ob sich jemand verändert oder verändert wird. Und ich glaube, das muss auch in die Köpfe der Führungskräfte unter den Ninsleitungen rein. So, da würde ich gerne auch noch ein Beispiel nennen. Ich habe vor einigen Jahren ein Medienhaus beraten, Eigentümer geführt, Mittelstand im Kahlen. Und da war es auch so, dass die Führungsebene entschieden hat, wir müssen jetzt irgendwie ganz, ganz viel ändern und unsere, nennen wir mal ein spitzes Beispiel, unsere Redakteure und Redakteurinnen müssen jetzt auf Social Media und das Problem an der Sache war, dass A, die Führungsebenen nicht darüber sich im Klaren war, was das eigentlich bedeutet und dass das ein Zeitaufwand ist und dass es im Grunde ein eigener Job ist. Sie haben sich gedacht, gut, wir machen das jetzt A und auch irgendwie nehmen wir einen Job noch mit, abends noch mal ein Stündchen oder so und haben das A nicht als wirklich eigenen Job betrachtet und B, was dann dazu kam, war neben der wenigen Informationen, die die Führungsebene hatte, deswegen sage ich, die muss sich bilden, das kann auch ein paar Monate dauern, ja, die muss das wirklich lernen und verstehen, wie der Markt speziell für dieses Thema funktioniert und B, haben sie einfach ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht abgeholt. Sie haben dann einfach entschieden, wir müssen das jetzt mitmachen und dann waren dann gerade so Leute, die langjährig dabei waren, sich auch vielleicht schon so ein bisschen eingebucht haben in ihrer täglichen Aufgabe, die waren auch offen dafür oder wären es gewesen, haben dann aber auch zugestellt, weil man ihnen einfach diesen Mantel so überstürzen wollte und deswegen noch mal kurz zusammengefasst, definieren sie ihre Ziele und Versionen, gucken sie wirklich, was bedeutet das, wenn wir das umsetzen wollen, in welche Tools, in welche Softwares, welche Leute kann ich dafür benutzen, in welchen, mit welchen Plattformen kann ich da arbeiten, priorisieren sie also ihre wichtigsten Maßnahmen und welche Tools sie dafür nutzen können, setzen sie sich realistische Meilensteine und Kennzahlen, das ist auch ganz wichtig in Bezug auf Abteilungen und Mitarbeiter, suchen sie nach eventuell geeigneten Partnern und Fördermöglichkeiten, ja, so setzen sie auch diese Dinge dann auch um, ja, gucken sie nach ihre Digitalisierungsprojekten, die es vielleicht schon gibt, die sie nicht erst selber entwickeln müssen, ja, die auch datenschutzmäßig super laufen, dann gehen sie in die Netzwerke, Plattformen, in die Zertüren rein und dann natürlich investieren sie in die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter. Das betrifft auch die Führungsebene, auch die muss qualifiziert werden, also nicht nur Abteilungsleiter und Mitarbeitende ganz am Ende der Strategienstange, sondern wirklich ganz, ganz vorne schon anfangen und das muss sich dann durchziehen und dann natürlich, wie ich schon gesagt habe, regelmäßig die Fortschritte beobachten, gucken, können wir was verbessern und sich immer wieder darauf einstellen und sich informieren, was macht der Markt, was gibt es an Neuigkeiten und welche davon können wir für uns nutzen. Dem digitalen Unternehmertum, dem gehört die Zukunft und darüber haben wir heute gesprochen mit Bente Mattes. Vielen Dank Bente, dass du unser Gast warst. Wenn ihr mehr zum Thema wollt, euch in den Austausch gehen wollt mit der Bente, dann findet ihr natürlich ihre Kontaktdaten in den Shownotes. Vielen Dank Bente und bis demnächst. Danke. Tschüss. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand. Haut nah.